Ich möchte so eine Frisur und jetzt sind sie etwa drei Wochen. Drei Wochen, ja. Wir haben ein bisschen andere Technik, von welcher wir. Wir bürsten intensiver. Weil die Haare brauchen einfach irgendwie eine, wie sagt man, eine Relaxphase, bevor man wirklich den Schnitt macht. Ja, das macht man in der Westschwein. Ja, ja, wir haben ein bisschen mehr Zeit drauf. So. Wollen Sie, sagen Sie Bar oder mit? Check damit. Okay, super. Aber ich wollte eigentlich kürzere Haare haben. Prima, und das wäre es dann? Ja. Fertig, oder? Sie können jetzt zu Martina gehen. Sie waren bei mir in einer versteckten Kamera. Ja. Wohl nötig ist schon, aber leider. Aber man hört nicht drum herum, sonst ist der Winter vorbei für die Skifahrer. Entschuldigung mal. Entschuldigung, wir sind am Arbeiten. Das ist mir jetzt gross, Entschuldigung. Können Sie bitte weitergehen? Wir sind am Arbeiten. Was halten Sie von Kunst, Schnee und Schneekanonen? Sie halten nichts. Die jungen Leute wollen auch gar nichts wissen. Entschuldigung. Können Sie jetzt mal weitergehen? Ja, ich will nur... Ja, können Sie weitergehen, wir sind am Arbeiten. Wenn ich solche Fragen stelle und die Leute, geht noch zurück. Ja. In euren grossen Kantonen. Gell? Ich finde das nicht gut. Das haben wir natürlich gehalten. Ja, aber sehr gut. Wuschel, wuschel, wuschel. Schöne Frisur, hey. Schon noch, he? Wenn der Schnee kommen will, dann kommt er. Aber für die Wirtschaft ist er schon wichtig. Ja, da haben Sie recht, aber ich denke, die Touristen sollen... Nicht schuldig. Was? Sie müssen doch hier ohne Rasenmäher. Ich verstehe nicht. Nein, bitte, nein. Gehen Sie zurück. Auftrag? Nein, von wem? Wie? Von wem? Stellen Sie mal das Zeugs ab. Da können Sie wieder raus. Da ist Migrom. Mähen. Äh... Schneiden? Nein, nein, nein. Frimmen? Nein, 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 nein. Mein Auftrag. Ich habe den Oberweil Lili eingegangen. Das ist nicht von uns. Halt, stopp, das ist nicht von uns. Strauch besser. Nein, nein, das ist nicht von uns. Das ist nicht von mir. Das habe ich nicht unterschrieben. Das brauche ich nicht. Ich habe einen Gärtner. Ja, das ist nicht von mir. Unterschreiben erst, wenn fertig ist. Ja, aber ich mache das nicht. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber Rudolf. Ja, ich brauche ihn nicht mehr. Verstehe Sie? Ich habe selbst einen Gärtner. Verstehe Sie? Ich habe den Rasen gemeint, letzte Woche... Du Gärtner? Nein, ich habe einen Gärtner. Ich brauche ihn nicht mehr. Verheiratet mich, Gärtner. Ja, ich brauche ihn nicht mehr. Aber... Es ist nicht mich. Nein, Sie machen das nicht. Ich hole sofort die Polizei, wenn Sie das machen. Polizei, bitte nicht. Doch, sofort. Aber ich nur angestellt. Das macht nichts. Ich möchte das jetzt haben. Und ich berichte der Polizei. Raus herüber. Raus her, sonst hole die Polizei. Polizei, nein. Ja, wie? Komm. Bitte nicht bei uns. Ja, komm jetzt. Komm, verreiss mich. Ich will dich raus mit dem Seichen. Ja. Ja. Ich gratis alles schneide. Nicht gratis. Nichts. Nichts. Ich schnaufe raus. Adieu. Ich nur angestellt. Ich muss mein... Nein, das ist mein Rasen. Und den mähe ich. Hier in eine Äbärli. Nehmen Sie es, wenn Sie es wollen. Okay. Gut. Ich kann noch eine Kopie machen von da, dann kann man Sie das zurückgeben. Ja, Sie können die Kopie. Sie können die Kopie behalten. Wenn Sie wollen. Hm? Flo Bugsdorf. Was machen Sie mit mir? Ich verstecke die Kamera dort drin. Nein. Wir haben zwei Banken für den Rasenmähen. Nein. Wir sind da nicht mit. Nein, dann machen wir mit. Für eine glatte Szene im Fernsehen ein bisschen mit. Nein. Ah, dann habt ihr jetzt eine Fernsehsendung. Nein, ja. Habt ihr eine Kamera gesteckt? Okay, schlappt das. Nein. Könnten Sie vielleicht den Arm auf die andere Seite? Und dann? Sie sehen ein Gseschild vorne? sen sie ist nur für Stadtbaslerinnen, Baslerinnen, die hier Steuern zahlen, reservieren. Assoir. Wo wollen Sie assoir? Hier. Hier? Hier. Ich kann oder hier? Hier? Ja. Ja? Ich kann. 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 Und die Touristen, wo? Ich kann. Dann gehen die Touristen und setzen sich auf den Fussweg. Wir sind ja keine Baslerinnen, sondern Touristen. Ja. Und da können wir uns hier nicht her setzen. Richtig. Wie haben Sie jetzt das... Gedeutet? Wie haben Sie das, ja? Ich muss meine Arbeit machen, mein Quittungsblock ist noch leer und ich muss Busse machen für die Leute, die... Das würde ich in der Regierung einen Brief schreiben, das ist schon lachend. Dieser Bereich und diese Bank ist nur für Basel, die Leute von hier. Oh, okay, okay. Wir müssen dich jetzt bezahlen? Jetzt, für mich, 10 Swiss Francs. 10 Francs, ich weiß nicht, ob wir so viel haben. Oh, ja. 100 Franken. Ich muss bezahlen, ja? Wow. Weil es... In Japan gibt es nicht so... In Japan. In Japan. Aha, so. Die viel kostet... 100 Franken. 100 Franken. Was müsste ich jetzt so zahlen? Ich bin sehbehindert, also ich habe das nicht gesehen. 10 Franken, Luzernerin macht 15 Franken, minus die Sehbehinderung, 8 Franken, 7 Franken. Nein, das kann nicht sein. Tut mir leid, tut mir leid, ich kann auch nicht dafür. Nathel, nennt's? Das ist meine... Das ist ja bei Gaslaude. Wie? Du... Aber nicht Sie zahlen keine Steuern in Basel. Nur die Stadt Basler zahlen Steuern in Basel. Hä? Es geht um das Prinzip, das ist Wahnsinn, das können Sie mal Ihren Behörden sagen, und es ist ein großer Skandal, wie hier die Touristen empfangen werden, weil sie auf einem Park... Das ist... Wir haben drum eine versteckte Kamera, ich bin gar nicht echt. Ach, das ist wirklich sehr. Okay, very good. Danke. Wir haben... Wir haben eine... Wir haben eine... Das war eine Schade. Ah, wieso? Wir haben eine... Wir haben eine Kandid-Kamera in der... In diesem Black-Kar. Komm... Jaaaa! Schalten Sie ab mit einem Gölgi!